Die Prophezeiung. Viel zu lange schenkten wir ihr keine Beachtung. Wir dachten, der Frieden würde ewig wehren. Wir lagen falsch. Sie kamen, sie nahmen uns alles. Brutal, erbarmungslos und vollkommen unerwartet. Aber ein Held wird kommen. Bereit, sich der Dunkelheit zu stillen, das Land zu verteidigen und für sein Schicksal zu sterben. Unsere dunkelste Stunde ist gekommen. Wo ist unser Held? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020